Leute, was geht ab? Und hier ist wieder Alex Ivanovich, Blaubeck. Ja, wie ihr seht, jetzt habe ich Haare geschnitten. Und ihr könnt es in den Kommentaren schreiben, ob euch das gefällt. Und ja, ich bin immer noch in meinen Pyjama. Leider ist heute nicht mein Bruder dabei. Er ist bei einem Match. Er hat sich gegen Simmons-Großfeld. Der spielt selber. Ich werde morgen spielen und so. Wir sehen uns gleich. Ich ziehe mich noch um und so. Und dann sehen wir uns. Also, tschüss. Bis gleich. Und hier sind wir wieder, Leute. Ja, jetzt bin ich angezogen und so. Also, ich wollte nur sagen, abonniere jetzt bitte den Kevin Ivanovich. Und Kevin, wenn du dieses Video siehst, es tut mir wirklich leid, was ich da gemacht habe. Mach mehr Videos. Ich abonniere dich. Also abonniere mich auch. Und Momo12. Okay, Leute. Und das war es eigentlich schon. Jetzt sagen wir, morgen kommt ein Let's Play. von Minecraft oder so. Ich weiß noch nicht. So, bis zur vielleicht. Oder ein Rap oder so. Das denkt mir alles aus. Und so. Also, abonniert. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert. Also, tschüss. Also, wenn du Musik bis zum Beispiel her.